Willkommen bei Gartenwob. Ich stelle euch heute mal eine Quizfrage. Hier gucken wir durch unser Fenster. Da sitzt ein Vogel um auf unserem Futterhäuschen. Jetzt sieht er leicht grau aus. Wenn die Sonne drauf scheint, sieht er fast weiß aus. Seht ihr den? Das ist der eine. Der ist seit zwei Wochen da. Ich habe noch nicht gefunden, welcher Vogel das ist. Ratet mal, was es für ein Vogel ist. Vielleicht finden einer. Ich habe schon sämtliche Tierseiten durchgesucht. Also mit Vögeln im Garten, Vögeln im Wald und Vögeln im Park. Hatten noch nicht gefunden. Wir haben ja eine Vielzahl von Vögeln hier. Aber hier ist nur dieser eine. Der war noch nie da. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich die letzten, was weiß ich, 25 Jahre diesen Vogel hier gesehen habe. Das ist eine Blaumeise. Das dürften wir jetzt sehen. Jetzt ist sie schon wieder weg. Aber den Vogel kenne ich nicht. Ich bin jetzt kein Vogelkundler, aber ich möchte hier schon wissen, wer bei uns zu Gast ist. So, jetzt habt ihr den hier nochmal kurz von hinten gesehen. Jetzt noch ein paar Aufnahmen. Viel Spaß beim Rätseln. Vielleicht ist einer so perfekt und weiß sofort, was für ein Vogel ist. Dann schickt es uns bitte. Bis zum nächsten Mal. Dann schickt es uns bitte. Dann schickt es uns bitte. Dann schickt es uns bitte. Vielen Dank.